Was? Achso? Gott du Ärmste. Es tut mir so leid. Bei uns sind noch ein paar Spieler, ok. So, got enough Twigs. Vorles wird schon gefragt ob Mona heute streamen darf. Bevor du vorlesst und sie es hört. Lieber, lieber geheim halten. Was machst du denn? Wir müssen aufhören. Nee, scheiß auf dich. Spaß. Holas! Spaß! Spaß, alles nur Spaß. Hahaha, so witzig. Not. Und, there we go. Look at this. Isn't it sexy? Mist. Kann ich Birchnuts da eigentlich auch? Nee, schade. Wenn du was reinlegen willst, Silvan, der Topf ist offen. Wir können uns jetzt leckeres Essen machen. Hätten wir noch was zu essen. Wir machen einfach Gollum alles nach. Wie wärs? Genau, wir können jetzt gucken was Gollum hat und dann machen wir's auch. Nee, wir lassen es uns immer sagen und dann machen wir's einfach auch. Nein, das ist scheiße. Wie? Das ist scheiße. Du bist scheiße. Nein, das ist scheiße, weil du das ganze verloren geht, was eigentlich geplant warst. Von wegen, ja, ja. Ihr holt euch mal alleine auf und guckt mal. Herrgott, hör auf da rum zu boxen. Du spinnst wohl, ha? Mona ist crazy. Alter! I hate this. So much. So much. Die hat's ein Stein. Nein, du darfst heute nicht streamen. Wenn ich's nicht will. Wir spielen jetzt Don't Starve. Ende. Keine Diskussion. Nein, nein. So, jetzt müssen wir wieder Left 4 Dead spielen. Nope. Silvan hat eh keinen Bock auf Left 4 Dead, hat er gerade gesagt. Das hab ich nicht gesagt, aber okay, ich hab's gesagt. Ja, hast du gesagt. Ich will vielleicht auch gar ein Left 4 Dead spielen. Ah, du kennst ja auch nichts anderes als ein Left 4 Dead. Ja, ja, ja. Was willst du? Ja, Minecraft, da überrede ich einen Silvan bestimmt dazu. 100% nicht. Dann bin ich ja auch ein anderes Spieler. Ja, okay. Da spiel ich ja zuerst mit dir. Silvan will aber nichts anderes spielen. Was? Was? Ich sag doch gar nichts. Es wird nichts anderes gespielt hier. Mensch. Hallo, du hast gestern deinen Scheiß angucken dürfen. Ja, 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 ja. Ja, und dann war's pissig. Das ist genug Strafe jetzt. Nervt mich hier nicht. Mona war gestern mega angepisst, weil ich schlag den Raab gucken wollte und sie gar keinen Bock drauf gehabt hat. Und es geht ja vier Stunden oder viereinhalb, ist ja scheißegal. Und dann hat sie gemeint, äh, nee, alter, äh, war voll pissig dann zum Schluss. Hat sie keinen Bock mehr gehabt, ist sie gegangen und ich hab... Jetzt sagte Mona, dass ich gestern einen Club wollte. Pete wollte gestern einen Club. Das ist halt scheiß, Alter. Ja, das ist halt scheiß, Alter. Ich hab' nicht zu sagen müssen, Schnee in der Masse losgesauft worden und Flo hat seinen scheiß da einen Scheiß angenommen können. Seil scheiß, Alter. Ich mag den Raab, ich war gut. Lass Mona Agario spielen. Ja. Wenn... ... wier'n eh'n 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 eh'n. Da kann ich dich echt dort konzentrieren, weil du uns darf vor allem noch. I kill somebody. Dann läufst du irgendwie dumm in der Gegend rum, dann denkst du, fuck. Ja, ich will eigentlich Foto sammeln, aber das wird's doch nix. Dann muss ich später schnell fest. Haben wir eigentlich hier keine Zweige mehr vor, lass, wo sind unsere Zweige hin? Jo, ich sammle ja schon. Ich bin hier nicht alleine. Ich möchte uns doch ein paar Horsenfallen bauen. Was? Ich wurde gefragt, ob du schon wieder high bist. Ja, Mona ist immer high. Das ist eine nötige Frage. Wie kommen die Leute überhaupt auf die Idee, dass Mona high sein könnte? Mona ist doch nie high, Alter. Ja. Ja, Mona ist immer so, true. Das ist nicht mein Witz. Ihr haltet nix von Droge. Drogen sind böse. Die Diskussion heute hat irgendwie aber anders geklungen. Drogen sind böse. Ja, für jeden. Leute, nehmt keine Drogen. Nein, nehmt echt keine Drogen. Ich bin wahrscheinlich der einzige hier, der noch nie Drogen genommen hat. Wobei, Sylvan? Nein? Warte. Ja, hat auch noch die Drogen genommen. Sylvan ist ein Good Boy. Nein. Sylvan! Nein. Was? Oh, fucking Sylvan. Jetzt seid doch ruhig. Die Leute denken ja noch, dass du mal die Junkies sind. Ich versuche hier gerade sofort das Image aufzumessen, indem ich sage, dass Drogen böse sind. Und ihr macht alles zu Dichte. Weil sie halt einfach mitspielen können. Ja, gut, das hätten wir. Aber ich bin der einzige hier, der noch keine Drogen genommen hat, ihr Spastis. Ja, aber trotzdem kann ich Leute davon abraten. Ja, das stimmt. Auch jemand, der schon mal geraucht hat, wird jemand vom Rauchen abraten. Ja. Aber vorlass, bevor du sagst, du hast noch nie Drogen genommen. Du hast schon Alkohol getrunken, gell? Jaaa, Junge. Was? Was? Das, was allgemein bekannt ist als Drogen. Ich weiß aber, ob Hardy auch noch nie eine Eingung. Was, so viel? Du weißt, ob Hardy auch noch nie eine Eingung. Ja, genau. Ja, ja, Hardy ist clean. Der cleanste von der cleanen. Jesus. Hashtag an vorlasslügenmona nicht an. Ihr habt schon vor 34 Minuten begonnen. Ja. Be-begonnen? Womit? Mit streamen. Streamen. Ja. Okay. Sudden Subject change. Du hast vorhin gesagt, wir haben jetzt gerade begonnen. So. Auf das war das bezogen. So what? Jetzt haben wir vergessen, dass ich folge... Ah ja, genau. Vorlass, wie viele Sticks hast du? Die... Paar? Fünfzehn. Kann ich die haben? Dann kann ich uns ein paar Hasen fallen. Ja, ich leg's in die Kiste rein, hier. Ich hab mir das nächstes Mal ein bisschen mehr Hasen zum Fressen. Oh, da ist mein leckeres Essen fertig. Jo. Oh, das war lecker. Geil, Alter. Was willst du? Ha Gott! Yassi! Halt jetzt dein Gosch! Herrgott im Himmel! Wie wär's, wenn Mona die letzte Stunde streamt? Wie wär's, wenn Mona hier und da streamt? Nein! Ende! Aus! Du hast nix! Ja, euer ist Gegenteiltag! Nein! Mittwoch ist Gegenteiltag! Haha! Piet sagt Mittwoch ist Gegenteiltag! Hast du kackt! Na, Piet ist sogar gegen dich! Nein! Mittwoch ist Gegenteiltag! Ich bin mir ziemlich sicher! Ja, Mittwoch ist Gegenteiltag! Doch! Verkackt! Mittwoch ist Gegenteiltag, Bub! Halt jetzt mal in deinem Laden! Voll als Timeout bei Yassi, dann ist sie ihre Morderechte los! Wo ist denn der scheiß Speer eigentlich zum Craften? Muss ich da... Weapons! Weapons! Oder Fight! Oder wie das heißt, ja! Bei den Startern! Light und Fight! Oh, ich brauch ne Rope und zwei Twix! Ja, es gibt Light, einmal, das Feuer! Und dann gibt's Fight! HALS DA GOSH! Mann, das Gehuschte! Wihel Büffeln wir hier oben haben, voll! Hast du mir noch ein paar Twix, Silvan? Ich hab keine mehr! Schade, okay, krass! Ah doch, warte, ich hab noch zehn! Keine, ups, zehn! Ja, ich dachte ich hab jetzt gerade alle verbraucht, für Fallen dabei, was das Gras zu mir ausgegangen ist! Krass! Du hast denn hier noch ein Loch? Ich such ein Loch für ne Falle zum Reinstinken! Wo hast du die Twix jetzt hin, du Spaß? Was? Schon nicht gerade am Home-Fabrik gehört? Was ist in meinem? Meinem. In deinem? Was willst du denn? Oh, Mona. Wenn ihr immer über Twix redet, bekomme ich Hunger, hersteller Monas. Ich weiß, ich weiß. Das ist echt fies. Oh oh, das wird knapp, ich schaff's noch. Ah, ja, 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 Mona kann streamen. Wenn sie sich's einrichten wird. Iiiiihihi. Johohohoho. Hm. Riecht's dir an deinem PC mal ein. Dann darf's. An deinen. Ja, bitte forders. An meinem PC wird nicht gestreamt von dir heut. Ja, richtig, du darfst nie bei mir streamen und du wirst auch nie bei mir streamen. Ende. Aus, vorbei, Schluss. Au, hier ist zu heiß. Prost, ich hab dir die Dings gegeben, gell? Die Twix. Ja, hab ich schon, danke. Ich leg sie wieder zurück in die Kiste. Hab mir ja daraus den Speer hier gemacht. Hör jetzt auf, du Spastel! Warum ist meine Freunde nur so hyperaktiv? Weil sie Drogen nehmt. Nein, keine Ahnung. Ich hab Gott doch nichts getan. Ich rede doch ganz selten nur schlecht. Über ihn. So, jetzt werde ich mal Jagd machen auf. Ich weiß nicht. Irgendwas zum Fressen. Achso, Musik ist heute sehr leise. Okay, warte. Ne, ne, ich mach noch ein bisschen. Bisschen lauter mach ich sie. Wartensick. So ist es vielleicht besser. Ja, ja, ich hab's noch ein bisschen leiser gedreht. I'm sorry. Thanks for the Hinweis, Blaui. Ja, sie sagt schon, sei doch nicht so gemein. Herrgott, jeden Tag werde ich danach gefragt. Das nervt. Ja, die Leute mochten mich noch nie. Deswegen schauen sie ja zu, weil sie mich nicht mögen. Ja, genau. Die warten alle, dass Mona kommt. Alter. Alter. Alter, neues Carvavac, wo se ee, vici, ja, du, nese, yo, go, em, ca, choro, loco? Ne, ne, ne. Okay. Ja, ja, ich weiß, Blaui sagt immer, ich soll die Musik ausschalten, aber ich bin da trotzdem noch strich dagegen. Foles kannst du kein Spanisch. Das heißt, alter, nuo, caravac, wie seht ihr denn das? Nio, go, em, ca, choro, loco! Irgendwas, irgendwas, loco! Jogas, perdes! Jogas, perdes! Zeig dazu nur. Ach, Silvan hat die Biefel aus hier geschoren. Wie sehen die denn aus? Oder gar loben, keine Ahnung, was war. Ich hab mal welche geschoren. Das ist ja traurig rein, gell. Jollell. Hat er unsere Büffel geklaut. Auee! Ich hab irgendwelche Büffel geschoren, die da drüben halt waren. Ne, ne. Ich weiß, dass du mal geguckt, wie viele Büffel wir hier oben nahmen. Pssst, geh weg! Ich werd's aufgehen. Jetzt kann ich's echt nicht brauchen. Nein, jetzt kommt auch noch so'n dummer... Spassi. Leave me alone, you faggots! Uh oh. I'm very hungry right now. Ich hab echt nix zu essen. What the fuck? Ich hab auch nix, aber ich geh... Vielleicht hat unsere Falle was gefangen, ich geh mal gucken. Ich wollte jetzt eigentlich was jagen gehen, aber irgendwie, ist stark fehlgeschlagen hier. Ich glaub, Folos, wir werden den Winter nicht mal erreichen. Ich glaub, wir werden dann Hunger sterben. Juh, ich glaub auch. Ja. Dabei bin ich diesmal gar nicht... Hä? Jaja, du kannst dieses... dieses Zeug essen. Nein, und diesmal bin ich nicht schuld. Das würd ich sagen. Oh, ich hab nen Hase. Ja. Jo, meinst du, ich schaff's mal endlich, dieses komischen... Winterbüffel zu finden. Was meinst du denn? This is very versatile, Gott. Fresh track. Ah, da ist er. Direkt bei euch hinter der Base. Getsch. Naja. Oh, hier ist der! Ey, das ist Dutzer. Geh weg, Gollum. Geh weg, Gollum. Geh weg, Gollum. Get the fuck off! Da war der Gollum böse. Night Army meint, ich bin gleich weg. Achso, don't start. Ich bin gleich weg. Heißt, du schaffst diesen scheiß Dippel irgendwo in die Ecke zu drängen? Nope. Ah, ich glaub auch nicht. Das ist die Musik aber irgendwie zu lau. Zumindest mehr auf die Seite. Ich glaub, so ist besser. Ich bin gleich weg. Ah. Sonst hab ich wieder ein bisschen was zu fressen gefunden. Go me. Top 2 außen. Mehr nicht. Was latscht du? Was? Was willst du denn? Du bist schon speziell. Mona spastelt sich im Hintergrund einen ab. Das hat man nicht gesehen. Musst ihr noch was zu essen geben, dann ist sie ruhig. Mein Charakter hat Stress. Ja, hat sie ja sogar. Achso. Hab Stress zu überleben. Wie viel Spinnen habt ihr hier denn? Holy Deck. Ja. Das ist crazy. Geil, jetzt würde ich hier irgendwo hin. Oh. Very bad. Oh. Viel zu fressen. Nice. That's nice. Du musst es vor, wenn du... Du musst es gerade noch essen. Stimmt das? Oh Gott. Ja ein Palzir, Geh weg! Probably. Got it.